Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Das Produkt heißt Ecomix CMI, sprich es ist eine elektrisch angetriebene Mischertrommel, realisiert aus unserem Standardgetriebe, einer Untersetzungsstufe und dazu im Elektromotor. Der Antrieb ist dazu da, Mischertrommel von 10 bis 12 Kubik zu fahren und in dem Fall können wir mit den 64 Kilonewtonmeter auch die Betonsorten F1 bis F5 durchfahren. Hier sieht man den CME, sprich den elektrischen Antrieb der Mischertrommel. Das Ziel ist es, beim Beladungsvorgang den Diesel auszuschalten und elektrisch die Mischertrommel zu entleeren. Dies im Vorgang quasi sauber auf der Baustelle darzustellen und natürlich auch emissionsfrei, lautlos. Ich denke vor allem in urbanen Baustellen wird das die Zukunft sein, denn wir können auch sozialpolitisch schlecht sagen, wir dürfen mit unseren eigenen Diesel nicht mehr in die Stadt reinfahren, aber auf der Baustelle dürfen wir genau das eben tun. Vielen Dank.